Musik Wunderschöne Weisenbläserklänge empfingen die Gäste zum zweiten Tonspurenkonzert dieses Sommers am A17 Leogang. Zu Gast war dabei das skandinavische Trio Dreamer Circus. Mit ihrem unvergleichlichen Mix aus Violine, Akkordeon und Gitarre verzauberten die drei Nordländer das Publikum vom ersten Ton an. Trotz sehr kühler Temperaturen war allen richtig warm ums Herz. Das Konzertprogramm von Dreamer Circus reicht von skandinavischer Volksmusik über grenzenlose Weltmusik bis hin zu klassischem Violinkonzert. Eine Mischung unterschiedlichster Klangwelten, die vor der traumhaften Leoganger Bergkulisse ein echter Ohrenschmaus war. Egal ob laute Klänge oder ganz leise, der Auftritt von Dreamer Circus am A17 Leogang war für die Besucher ein echtes Erlebnis. Super, also gerade mit der Aussicht hier auch so, das ganze Ambiente. Die haben das wirklich sehr schön rübergebracht, ihre Musik und ich habe es sehr genossen. Ja, wunderschön. Ich habe mir das überhaupt nicht so vorgestellt, also ich habe hier eigentlich ohne Erwartungen hergekommen und ich muss sagen, ich bin ganz hin und weg. Also es war echt betaubernd. Hin und weg von diesem Konzerterlebnis waren auch die drei im flachen Dänemark lebenden Musiker, für die es der erste Auftritt auf einer Bühne am Berg war. This is our highest concert ever on record, but no, it was amazing, very inspiring. You know, when you play the music, you often have a tendency to lose an idea of where you are, but then suddenly you open your eyes and you see these gigantic mountains and the sun shining through. And it's, it's really amazing and the music gets so much better. Applaus Vielen Dank.